hallo und herzlich willkommen zu um mein Gott zu den Menschen wieder mal hier Jo zusammen mit mir ja genau geilig ist ich sag alles wird es wird Nacht stetig Prozent der sich jetzt nicht an hier ist noch eine Brote er lag eine Karotte ich habe jetzt mal nur ein Ding gepackt in die Kiste aus Versehen was so Spinnenaugenbraner als ein Zorn anpflanzen als ich wirklich jetzt ohne du es richtig gehabt er hat siehst du wer noch mit sich hat ein Fernseher machen ich mache heute im Fernseher in der Müslung doch die Lerner uns beide heute mal informiert was wir so machen können und wollen ja wenn man auch steht auch schon dass ich in letzten Part fertiggestellt Lohr das ist das ist scharf auf dem Baum und hier die Tiere sind so hier das ist das Schaf spielt König der Welten danke für diese schöne Wolle die um mich herum fliegt auch geil diesen Pferd Frau Hörner Pferde habe ich jetzt nicht irgendwo in der Nähe ich habe eine Kuh die macht nur ich höre mich auch mit Schwein und Hähnchen und ich fliege so viele Sachen um mich rum zu verraten Fleischbräuern das ist liegen die Sachen die Sonne er ist so ich brauche noch mehr Schafe also zwei Wolle brauchen Prozent Prozent durch die Spiel ja Leistung also zu lassen was er zieht viel Leitungen in der Durchs es sind in der Tori Trix meistens noch weiter Nein ich meine Inventory Tweaks das ist das wo Prozent wie soll ich das erklären scheiße wenn das umleist oder wie nein Prozent das wo man wie heißt das ja ich kann jetzt nicht eröffnen ich kenne den Namen aber äh ich weiß nicht genau was das war ich habe den Fernseher fertig gemacht ja diese was macht denn der Mod der Mod sorgt dafür dass um ja dass man zum Beispiel die Kisten automatisch zu ziehen lassen kann mit per Knopf drücken weiß ich jetzt nicht ob da viel zieht so hier kommt die Küche hin und hier kommt der Wohnzimmer so Tisch habe ich und darauf kommt der Fernseher der scharfe Scheiße ja ich hab ein Wohnzimmer wenn ich noch kein Sofa abstelle ich das erste Mal ich hab ein Bett Stuhle hin gut jetzt kann ich Fernseher gucken und ich hab ein Bett wie geil ich hab mir nicht so gefunden mir egal ich hab im Fernseher was nicht ich hab äh ich ich hab bald Meteoriten hoffe ich ich hoffe dass wir gleich irgendwo in einer runterfällt damit ich wieder Sachen abbauen kann ich finde so witzig mein Inventar voll und trotzdem äh fliegen Sachen um mich rum das ist voll praktisch hab ich immer so ein extra Inventar noch und das sieht voll voll witzig aus mein Kopf ist äh keine Ahnung nein Inventar aber irgendwie nervt das auch ein bisschen ich will jetzt die Crafting Bench zu meinem Haus dass ich bald haben wird er ja und ich hab auch ein Single Player habe ich mir mein Haus mal gebaut also auf die hier auf Minecraft Pocket Edition und das baue ich jetzt da dann weil da brauchen Steine und Holz so ich brauch sechs Kisten äh und ich finde meinen die Kisten nicht mehr mann hier sind sie kennen die TTIK kennen zu wenig Holz ich finde es brauche nicht mehr wo ist die Kraft in Bündchen hier irgendwo euch schon immer mehr sachen auf weil ich hier einfach drauf und in den Sachen auf und hier sind die Sachen so ziemlich wohl ich habe ich mit viel Holz ja das war es angefangen ich habe ein Jochen viel Holz aber ich habe zu wenig Holz für das nicht machen möchte weil ich bin ich will wie viel Holz ich schon geformt habe das ist so zu machen ich brauche aber Lager und die Kisten ich hatte ich habe hier schon alles geplant und so ich weiß schon wie ich was macht und ist rumgefliegen nervt langsam ein bisschen das ist mir auch fast nur den Kopf geplant normalerweise planen auf Papier und baut es irgendwie vor oder so diesmal ist es nicht der Fall ich brauche einfach nur nach fluss und laut diesmal so ich brauche ganz viele Blumen vor allem rote da können wir einen Coach machen ich werfe mal eben eine rüber die fliegt um mich rum schnapp sie dir los schnapp sie dir macht er wieder die traurig es gibt sie auch nicht die Kalle ich wusste wenn das ganz gut wird und das ist das ist so ist was die Blumen und die Flüsse das ist auch mehr rote Blumen da wo nicht hat drüben da wo nicht drüben was die Knochen so ist es nicht neuerl hat er von der Kampus getroffen er weil wenn du Knochenmehl hast muss einfach nur auf Gras Prozent Prozent ja rechtlich machen und auch Blumen um Baby schafft die lieblich so wird waren in 3 Kalt hier hinten und stellen noch die Kisten hin damit ich jetzt endlich mal meinen ganzen Schiff hier weg tun kann zusammen und dann nervt übel dass es hier alles um mich rumfliegt und guckt es kommt bestimmt erst so mit der Ordner und die Kiel und sprengt die Kiste weg dann ist alles verreckt was ich hier hatte 6 Rosenrot Rosenrot das heißt doch mehr rot doch vor viel rote Farbe mit dem Sofa machen kann so jetzt das nur kurz überlegen ich brauche holen was du brauchst mit Eiern die habe ich ich hab wirklich welche in der Kiste so als ich will in meiner Tasche in deinem Rucksack hat machte doch mal Rucksack ja stimmt ich müsste dafür ein paar Kühe Kühlen aber ich bin hier gerade eher auf die Suche über sich mit dem Blattlo interessiert was ist hier für eine Landschaft gibt ist doch heftig was dann ey das sieht so aus zu werden Schank halbgeladen was da ist Prozent das wäre die Erde nach unten geschoben es ist so ein riesiger Krater und in dem Krater ja das habe ich von außen aber ich erschrocken sieht cool aus empfinden ich glaube ich zähne gleich mal ein Pferd aber ich muss es erst er ich muss ein schönes Pferd finden aber es ist um das Namensschild zu benutzen brauchen wir erst ein Amboss noch da brauchen wir irgendwie drei Eisenblöcke und das braucht Eisenblöcke brauche ich noch übelst viel in diesem Projekt was war ich noch mal für ein Feueralarm oder wie ja Feueralarm auch aber also Feueralarm könnte ich gebrauchen weil es gibt hier so so Meteoriten in Anführungszeichen Meteoriten Timer und äh da gibt ein Redstone Signal ab wenn Meteorit in der Nähe ist ähm und dann könnte ich den so mit der mit so einer Feueralarm Anlage verbinden und dann macht es immer so dieu dieu wenn Meteorit kommt das können die aber auch in den Meteoriten Mod einfügen dass es so eine Alarmanlage gibt ja hätten wir eigentlich machen so ähm brauche noch mehr Holz genau das Projekt in die Schönen ja er hat mein Prokop mit Miso ja das echte auch gekauft für 20 nein für fünf Euro Kost auf dem Handy 5 Euro ja 5,49 Euro oder irgend so was nein 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 ja scheiße okay ähm äh 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 so hier hab ich nämlich ein Flat Flat kann man nicht erstellen ich hab die mir runtergeladen und drauf gezogen so als Map wenn ihr wischt was ich meine es geht mich auf Pocket Edition auch mit so extra Apps so ah so hier kommt die Türke so und ich wohne mir jetzt Sounddreck gekutzt habe das liegt daran dass meine Schwester nicht nein versteht die sind so gut hier als 2 1 2 2 2 2 ich will Projekte Nürnstein zu er doch also nur Projekte damit damit was zu sagen noch ein zweiter Kiste hat und das alles gleich er ein Ziel wenn man das will also praktisch schon aber gerade die ich möchte sie nicht in den Oben haben das ist sogar fest dass er die Masse bis zu gehen er machten wird er in der Hand von normalen Ofer oder im Grunde rum er dann auch so 1 2 3 K und auch von die Korte ruft 1 2 3 weiß es gar nicht auch rote Wolle braucht man mehr zu der erste Klinik muss ja ich weiß ich auch das sind so so ich gehe jetzt noch mal Crafting Rezept nachgucken ok ich weiß jetzt wie es geht Red Couch hat genau erreicht er kann sich auch zwei irgendwie zwei nebeneinander stellen und dann äh verbinden dich sich oder irgend so was also es gibt so einen Sessel und dann irgendwie noch eine Couch ah, wenn man noch daneben stellt verbinden sich dann, ja ich hab jetzt diesen Sessel jetzt kann ich endlich meine Metier, meine Frosteriten Schaufel einen Wein Bäm, 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 Bäm Bäm, Bäm oh, die baut schön schnell ab brauch noch ein Tisch additionally ist er für unter Wasser abbauen gedacht aber mir doch scheiße Baut nämlich unter was, obwohl ich kann auf die Suche nach Clay gehen Dann kann ich unter Wasser einfach Clay übel schnell abbauen. So, wo du ein Table und dann baue ich noch einen Kaffeetisch. Den machen wir das Kabelste und so, wie ich weiß. Oh, ich habe eine Unterwasserhöhle. Ach, das ist die von gestern. Scheiße. Hier waren doch übel viele Mann. Lol, hier ist ein Oktopussy. Der hat mir seine Oktosäcke gebrobt. Den kann man aber auch aus Holz machen. Das habe ich nur aus beiden. Das ist Holz und ein Stein. Wie kann man auch einen Holzstuhl machen? Wie kann man auch einen Steinstuhl machen? Stirb doch. Na, stirb ich. So, das geht wirklich. Was geht wirklich? So Steinstühle. Ach, hier sind die Slimes, wo ich letztes Mal getötet habe. Weil ich brauche ganz viele Slime-Bälle. Für so leinen. Dann kann ich mir alles so eine richtige Pferdekühe und so alles anleinen. Dann mache ich mir so eine Hühnchenflagge. Dann hänge ich so ein Hühnchen ganz weit oben hin. Und das ist dann die Flagge. Oder so ein Creeper. Das kann ich auch machen. Ja, genau. Ich hänge mir einfach so ein Creeper dahin. Mega. So, jetzt Slime, sterb jetzt mal bitte alle. Nein, mein Schwert ist bald kaputt. Das ist voll cool. Das Schwert. Aua, lass mich. Ja, so kann ich verlassen. Das ist ein Kaffetisch. Slimes nervenübel. Ach, das Ganze kann man auch aus Stein machen. Also man kann aus Stein und aus Holz machen. Das ist nicht gut. Ich habe Gold gefunden. Ich bin einfach so hier in so einer Unterwasserhöhle und jetzt ist hier mega viel Eisen und so. Scheiß. Gold. Ja, was baue ich denn alles insgesamt? Alter, ey, wenn ich jetzt die, ja, ich flip aus, weil ich habe keine Spitze, ich habe gar nichts dabei. Aber was weiß ich, was dabei? Weiß mir ein Bilderrahmen macht? Bilderrahmen, ja, brauchst du Leder und Sticks. Okay. Ach, das ist halt mal Leder und Sticks. Leder und Sticks. Ah, scheiße, ich kriege Hungerschaden. Gut, dann mache ich mir erstmal eine Weizenfarm. Ich mache mir eine Karottenfarm dann gleich. Weil Karottenfarm finde ich besser. Sorry, dass es gerade so dunkel ist. Ich brauche Weizen, damit ich Tiere paren kann. Da bitte ich nicht irgendwas. Oh ja, Zombie töt mich mal bitte. Tu mir bitte, dir mal den Gefallen, okay? Die Tiere kommen schon bis hin. So, töt mich mal Zombie. Die Scheiße ist, ich habe hier absolut gar nichts. Inplantagen Sachen. Inplantagen, die nicht aus der Tat hatte. Inplantagen, habe ich gesagt. Ich will nur mal, er ist. Hat er gesagt. So, ich werde mir jetzt Inventory Tweaks auch unterladen. Weil, äh, wenn ich nichts mehr oder so, dann lieber nichts mehr. Dann bin ich meine Kisten alles sortieren. Na ja, man kann es ja auch draufladen, ne? Offline die Kisten sortieren lassen und wieder wegmachen. Weil die Kisten immer noch sortiert. Das könnte man auch machen. Ja, stimmt, ich muss noch sortieren. Hab ich noch mehr? Das ist wichtig eigentlich. Ich mach es wieder, ich will mein Hausgrad machen und dann stören mich die Skelettige. Habe ich Knochenmehl? Doch, ich habe Knochen. Haaaa! Ich hab Skelettige hier am Hals. Ich brauch noch nicht voll. Ich brauch so viel Holz. Ach, die Knochenkette. Was? Eine Knochenkette. Was? Ach, die Knochenkette. Ach, die Knochenkette. Was ist das? Eine Knochenkette. er muss scheißen ich bin weil das gerade so erfunden obwohl sein kacken Motto da so drin ist dort ist gelätten Nerven vor danke danke dass du gestorben ist ich habe es ist so beim Gebet also bei Welt bei so einer und jetzt ist es richtig Beerdigung danke dass du verreckt bist wir haben alle lange gewartet drauf ne da krieg ich nichts mehr hin das sind alles Reststicks so die 24 Zauern mache ich jetzt alles zu normalen Zäunen sind wir schon da jetzt sind wir Whitefans guck mal das ist so ein richtiger Gartenzau da sieht den übel mega aus so und ich mache jetzt den ganzen Sand vor mein Haus weg und pack der Erde hin um oh ich gehe die Idee mit Knochenmehl ich bin fast aber leider nicht genug Holz gehabt ob das in der Welt bitte nicht beachten bitte beachte mich einfach gar nicht nur so viel zu töten in der Katze wird sicher können wir irgendwann Ende auch machen und können mit Ende auch zu suchen entstand ja ich denke man von uns in Porto die am Anfang das Ende machen das Ende ey ich esse jetzt glaube ich nur noch verrottetes Fleisch ich bin irgendwie manchmal immun dagegen so gut dass ich so viel Erde hab ähm ich hole mir zu sicher noch mehr Erde raus aus der Kiste ich guck gerade wie weil ich muss ja mein Haus genauso so brechen Baumann aus genau so wie es auf dem Handy jetzt aufgebaut hat wie das ist die Klobwürste Prozent Prozent das mit ich merke es auch um so hat es ist schon ein so hoch gewesen okay und ja ich baumann auch so ein bisschen anders so gemischt aus Holz und Stein das hat die Karte hat sie hat und von mir ein aber hat dann auch die ersten paar Sekunden gewinnt worden auch so muss da rein und so so wichtig sind die ganze Zeit das nicht und die Mordebola hat man vielleicht auch ein Teppich da rein guck ich noch Scheiße ich habe es wirklich das Holz so komisch dreht in alle Richtungen auch kommen glaube ich nochmals gleich mal ein Bett damit ich immer die Nacht überspringen von dem ich eigentlich verarschen Stürmer das muss ich auch noch machen das habe ich ganz vergessen ich brauche ich so viel Holz die Minecraft wollen mich hier verarschen und man braucht man Holz fast gar nicht weißt du jetzt bin ich mich im Holz überbrochen ja ich brauche heute eigentlich auch nicht so wie episch dieser Zaun einfach aussieht mal ehrlich der sieht so episch aus wie so ein amerikanischer Gartenzaun weißt du ja das sieht echt geil aus wie so ein weißer stylischer epischer Zaun also ihr könnt auch bei Wernos vorbeischauen wenn ihr sein Mod sehen wollt also nicht seinen eigenen Mod sondern den Mod halt und bei mir könnt und an Wernos Zuschauer ihr könnt bei mir vorbeigucken wenn ihr den Asteroiden den Falling Meteors Mod sehen wollt das weiß ich mich natürlich auch wissen wie kann man auch aus den Türen machen aus diesen Zaun wenn nicht nicht und bis sie mir nicht normalen machen und das würde ich nicht so gern aus den Eisentür die vier doch heute passt auch dazu eine Eisentür ach so du meinst voll für den Garten das ist eine Eisentür passt zum Garten auf jeden Mann nein ich bin das für dein Haus dann Eisentür ne der Wüttelstür das Bild das soll es auch aus dem Landhaus müssen sie waren du weißt gar nichts okay es wollte ich die Erkennung warum ist hier ganz viele Bier mache ich mir zum Zaun Tor gucke ich mal ob ich das auch dann verweisen kann mit dem Knochenmeer es geht dann ist das episch wenn ich dann bin ich traurig und traurig manche meint mann mein Prozent aus der Riepen eine Froster Riepen Klinge ist doch fast kaputt normales Sound oder zwischen Schlammern schon voll scheiße aus als ich noch mehr auf jeden Fall noch äh Meteoriten geht eigentlich ich mache auf jeden Fall noch Meteoriten beschwörer weil da kann ich einfach die Meteoriten dazu hinwerfen wo ich sie haben will und dann kann ich sie abbauen warte wo sind noch mal meine Steinwege und vor allem das Geist ist ich muss mehr äh theoretisch kann kein Netherportal machen es gibt nämlich ein äh Asteroid äh der macht schon ein Netherportal also der der fällt runter da kommen bei Place und dann äh ist das schon ein Netherportal das ist so ein geiles Häuschen das ist eigentlich voll cool muss ich gar keine Diaspitzsacke machen wenn ich den Asteroiden finde jetzt mache ich diesen epischen Steinweg darin zu meinem Haus okay ja ach sie sind diese Steine da ja die sind auch kann doch mal kein hieseliges Kies mehr das passt eigentlich voll gut als Weg im Ahrer Krüter 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 machen wir die Landschaft nicht kaputt ich fichte ich ich fichte ich nicht Ohr der Wetter fast explodiert okay tot ich weiß nicht wie ich das so lassen was ich doch nicht er lasst so dass schon wie macht man ja so ist es nicht nur wie macht man noch mal so und so einen Briefkasten der Wiesbogen zu gut aussehen ich dachte ich mache das auch gleich von dem Film an die Jungen ja ich weiß nicht mehr okay Bücher kann ich vergessen da brauche ich nämlich Blätter und die habe ich nicht so es gibt es jetzt was muss ich die Seite angucken okay dann muss ich wieder so 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 das Haus am See weißt du ja nach nun wenn er ich auch nicht auch mal aufs Ansehe absobs auch Anträge Peter Fox von früher ganz genial wie machte nichts mehr ich brauche klar ich nicht ja ich habe ich hab ich hab schon mein Fenster Wolter WTF was gerade war absetzen oder was war los lassen ja der 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 Endermann rastet gerade aus vielleicht hast du ihn angeschaut nein ich hab den nicht mal angeblickt vor allem Endermänner wollen weil die werden nur Akro wenn du sie anschaust weil sie so hässlich sind ist so sonst werden die sonst Akro wenn man sie anschaut LOL Babyzombie ich hasse sie die Babyzombies verbrennen am Tag ja nicht das ist ja die Scheiße nicht nicht hier wird und auch jetzt klären vor allem als Ebeler mega schnell Klee unter Wasser abbauen die Bono zu und wo wer von ihm nicht eigentlich ficken Loll jetzt kommt hier so eine Kombi am Meer zum Ziel oder warum so zu mir schwul wie so und so was er ficken will äh ja und bis oben in 20 Minuten auf dem Nürnberg ja auch können wir gleich können gleich auch schon ein Ende machen ja die nächsten Partner anbanken ja ich würde ich habe noch eineinhalb Herzen auch gar jetzt habe ich auch noch eine Kartoffelfarm ich habe Karotten und Kartoffeln dafür ich wollte die geile Villa ich glaube ich mache doch lieber zwei Eifentüren und nicht zwei so umstehen ich brauche mir nicht Clay und so kann ich Clay mega schnell farmen ich habe noch ein paar Zäune du brauchst doch auch Clay oder für dein Dach Ziegelsteine ich habe kein Ziegelsteine ne ich hab so ein Holzdach ach so ich mach mir Ziegelsteine wehe du machst jetzt nach ich muss jetzt mal einen Ofen machen er macht sich jetzt einen Ofen weißt du ich hab schon längst dann gehabt ja okay du hast aber auch schon zwei drei Folgen mehr als ich weil ich ja erst danach angefangen habe und so ich habe zu wenig Erde fällt mir gerade so auf fucking fucking ey solche Wörter nimmt man nicht in Schnauze Halt Schnauze Junge das ist meine Farm hier in der Ecke gut dass ich so viele von diesen weißen Zäunen hab ja ich finde sie voll episch ich finde die so richtig episch so ja schön ähm wir wollen noch mehr von diesen Stein wegen also ich will sie nicht doch mein Haus fertig machen als es dauert nicht mehr lang dann können wir aufnahmeende machen ja endlich geschafft auf mein Dach zu jumpen das ist nichts Großes an der Farm aber immerhin Helio warum wird das wieder sofort so dass du dich hast das 1 1 zu den hübschen nübsche Plantage hingepflanzt 3 n das ist nicht vor allem ich mache es noch so ein bisschen den Strand ein bisschen schöner damit ich auch ein bisschen Platz an einem Haus das ist von mir Fernseher an was kommt denn da gerade so da läuft gerade He-Man was ist von He-Man das ist ne alte Serie jetzt läuft da NineCat auf den Sender, auf RTL läuft NineCat pfff ok auf MainTL äh schlafen wir mal um auf nem vernünftigen Sender was läuft denn so auf ähm Main1 achso da ist kein Empfang ich hab leider nur 3 Sender bababa oh ich mach mit schnellem Bett Junge sonst kommen hier gleich wieder die Zombie-Armee mein Bett sollte ich mir auch machen hast du nicht Wolle? ja aber ich hab kein Bett hm ja dann mach dein Bett wie viel Wolle hast du oder brauchst du noch welche? dann schmeiß ich es hier rüber ich hab noch übelst viel, tut mir leid ok brauchst du mir nix rüber schmeißen so das hab ich auch im Bett so wieso pack ich das Bett hin? unten ist die Küche und Wohnzimmer warte mal bei Wohnzimmer kann ich das doch mit rein haben erstmal so stirbt äh Monster danach lol hier spawnen einfach ein Schwein neben mir weißt du was? ich pack mein Bett einfach hier oben an dem Dachboden fertig so elf Glas sind fertig elf Glas sind noch fertig ich bin der Dachbodenpinner läuft bei dir so jetzt machen wir noch ein paar Crafting Tables ich hab bunte Glas aber in 1.7 ist auch irgendwie geil aber irgendwie auch scheiße irgendwie geil aber irgendwie auch scheiße so drei Crafting Tables boh ich noch kann mir aber nur noch einen machen kann ich mir einen Glasblock machen? ne schade so mit Glasblöcken Glasblock machen das wär doch episch episch so ich hab noch einen Ofen die packe ich erstmal hier hin scheiße ich hab mich mit dem Glas verbaut ich hasse das ne wenn man sich mit Glas verbaut das ist so scheiße mittlerweile hasse ich, dass ich zu wenig Holz hab und so immer wieder aufs Neue mhm so so das wieder so das nicht aufs Neue Holzfrau gehen ne dass das sind wenn man machte Timmermann drauf ja ne aber das gibt es seit drei Folgen sagen das wird es drauf machen aber ich mach glaube ich doch nicht drauf weil ich äh ja ich wollte sie vor der Aufnahme sagen da wollte ich irgendwie doch nicht sagen damit du nicht noch viel länger brauchst und ja was muss man dass du Timmermann drauf machen sollst ähm weil du hast lange gebraucht die ganze gewartet ja ich hab ich wollte mir den Mod anschauen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 nicht lass es bei 6 6 das will ich auch wenn sie dieses Lied bei 6 wo da die ganze kommt das will ich auch das will ich auch ich will es nicht geil Apfel 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 hier mit Apfel weil ich habe bisher noch nichts gibt zu essen gefahren weil ich dort ist und Äpfel und Brot und sowas Brote vom Anfang habe ich einen Äpfel vom Baum die ganze Zeit ich baue es mal Stein mit der Hand ab irgendwas ist hier falsch ach okay ich dann muss ich doch noch ähm 1 weiter so und dann hab ich noch ein bisschen Terrorform damit ich hier vernünftig fast leben kann so jetzt ist die eine Seite von meinem Haus schon mal fertig so das schön und wie brauch ich denn noch Crafting Table zwei Stück wieso brauchst du zwei Crafting Table ja ich brauche zwischen den Kisten in meinem Crafting Table damit ich nicht so weit laufen muss ja also ich mache unter meinem Haus ein Lager sozusagen ich gehe in meinem Haus ist dann so ein Leiter die geht nach unten und genau das Lager ist genauso groß unterirdisch wie mein Haus ja ich hab ich hab im Dachboden ein Lager da stehen ein paar Kisten da steht mein Betz naja ich schlafen dass alles so eingeengt haben es ist überhaupt nicht eingeengt eigentlich ich finde es gut ich bin das schnuckelig und süß nur die Führer vor allem ich bin grad schnuckelig 3 ich brauche übelst viel Leder fällt mir ganz so auf ich brauche wie Leder ja willst du den Ledermantel machen oder was ne ich brauche ähm paar Umhänge Umhänge vor allem es wäre cool wenn es auch in normalen Minecraft irgendwie so ein Uncrafting Table geben würde dass man zum Beispiel ähm jetzt wenn man vier äh oder dass man das in normalen Crafting Table machen kann wenn man zum Beispiel wieder irgendwie ähm vier Eichenholzbretter an irgendwie anordnet dass man dann wieder ähm eins und ähm Eichenholz kriegt eins und Baumstamm wegen sowas eher weniger aber wegen der anderen Sachen nicht na ich bräuchte es nämlich gerade weil ich habe so viel äh Bretter aber so wenig Holz und ich brauche Holz also Bestämmer und nicht Bretter oh ey wie man hier überhaupt Piliers und Kräste das ist richtig eklig ich habe ein Leder ja da macht ihr eine Kuhfarm wenn du weißt du hast also ich mache mir so Karottenfarm wo ich sagte wenn hier ein Meteorit einstürzt sich ich höre auf mit dem Headplay wenn dann mein ganzes Haus und alles kaputt macht mit dem Knochenmehl Bixar so danke als Halles wird so behindert man baut sich ewig auf einer Kumpel auf einer Kumpel von Mitte schon irgendwie ne ja das stört einem die ganzen Träume und so weil dann zu eine Kiste voller Dias na und dann so ähnlich ist hier auch noch mal um die Erde unter die Erde gehen aber ich bin so ausbauen fixiert und ich bin auch irgendwie für diesen Mod so interessant ich finde das Frieden-Mod um irgendwie voll cool weil er ebenso neue Asteroiden hinzufügt als wenn er noch irgendwie so ein Mars oder so hinzufügen würde wäre es noch epischer aber dann würde ich leckere ich will kein maß ich will mehr Snickers und ich will Twix und Twix gibt's nicht mehr ich weiß das Rider voll nettlich der Name sind da die früher mal schon so gar nicht doch das hieß mal so ach verarschen kann mich selber ja wenn du dumm dafür wirst du Pech so schreibt jetzt bitte mal alle Dias wissen schreibt bitte in unseren Kommentaren dass das so ist übrigens kann ich den Werbespot von 19 19 noch irgendwas zeigen da dass das so hieß dass es so hieß aber es heißt nicht mehr so ne mittlerweile ist es jetzt schon wieder so eh net Twix heißt Twix ich hab doch in der Schule haben wir eine Cafeteria da heißt Twix Twix ja aber das ist jetzt seit kurzum benannt worden auf Rider ja wieso gibt's zu einer der Tankstelle dann immer noch Twix ja weil die vielleicht noch welche auf Lager hatten oh ich hab drei Weizen ähm ich hab ein was was hä äh was 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 kann wir aufhören doch nicht was okay ähm ich brauche halbe Fertz ne das brauche ich nicht ich brauche lapislazuli 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 dann mach ich mir nicht einen blauen Rucksack ja ja ich hab ein blauen Rucksack ja geiler geiler ich will äh heute lädst du ja auch noch eine Aufnahme hoch gell ja die hab ich äh gerendert heute ja und dann läst du so hoch gell weil äh die will ich dann gucken ich äh render heute vielleicht schaff ich es heute auch noch hochzuladen aber auf jeden Fall render ich heute dann kommt heute die erste Folge von tote Menschen übrigens heute ist er wir haben 13 uhr 1 und heute ist das 27 Oktober wow ich finde es immer cool weil man schläft interessiert mich immer wann die das aufnehmen und wann die das dann hochladen ne das interessiert mich immer dort habe ich einen blauen Rucksack yay das kann ich mehr tragen loo ich bin vor meinem Haus gefallen braucht trotzdem aber noch ein bisschen Leder wenn ich mir ein Buch machen kann stirbt Kartoffeln nennig Kartoffeln wir haben ihn nicht aus dem Publikum so steht er hat Kartoffeln 1 40 Äpfel ich glaube ich brauche mir keine Namen sammeln oder so ja er hat ein Wort erkennt ja ich habe ich habe ich habe ich habe fast gar nichts zu essen was habe ich überhaupt ich habe übel zu essen ich habe zwei Brote eine ich habe Schokoladen als es ist und die haben Schokoladen als fünf Stück nur gleich im Rucksack das wirst du nie haben doch kann ich mir später drauf machen so jetzt bist du ne ich bin nicht baff fuck ich hab zu wenig Leder nein haha weil ich die Nacht einfach mal raus aber bei mir ist gerade Tag weil ich die ganze Tag gemacht habe jetzt habe ich ein Bett jetzt muss ich nicht mehr Tag machen ich habe auch ein Bett aber ich bin ich ich gehe ich gehe irgendwie nicht ins Bett ich bin so froh dafür ich mir müssten dann auch von der Aufnahme beenden die Wette sind zu lang ja aber ich habe sie euch schon vorher gesagt aber du hörst mir hier eine zu ne ich will jetzt noch mal ein Haus fertig bauen hab's gleich muss doch die Wände fertig ziehen hab ich auch schon fast ich muss nur noch jetzt hier so also ich will nur mal äh hausfertig bei uns nicht noch den Keller und so dann brauche ich nächstes mal ich hab schon mal ganz so auswärtig besser außer die Innenrichtung die die heute noch die Inneneinrichtung ich habe zu viel Glas gemacht wird zum Bessern Glasscheiben habe ich habe ich habe noch nicht viel Glascheiben Tummel sind auch zu viel weil ich kriege ich auch noch Fleisch und Kühle ich habe mir noch 20 so irgendwas ist hier schon wieder falsch ach nee das hä das ist hier falsch ach scheiße mach mal ein Buch ich weiß es wird nicht mehr ich habe genau ein Holz zu wenig wir machen ein Buch mit Leder und Zucker und Blätter ich muss in die Wüste ach scheiße ich hab schon wieder falsch gebaut nee kein Zuckerrohr du mit einem Zuckerrohr ich hab hier Zuckerrohr glaub ich oder am Strand ist doch Zuckerrohr ja ich gehe in diesem Stand hier nicht ich renne mal die ganzen Strände lang aber und das ist ein bisschen windig ein bisschen düster und ein bisschen komisch gerade draußen ich glaube es kommt ein äh unwetter acht zuerst und aus dem Weg ich bin ich bin in der Funde irgendwo bin ich gestorben unterirdisch ja ich hab die Mini-Map rausgemacht warum weil das Anfang eines Nebensatzes was? weil das Anfang eines Nebensatzes was? weil ist der Anfang eines Nebensatzes wer das nicht versteht ist dumm weil ist der Anfang eines Nebensatzes weil ist der Anfang eines Nebensatzes ne wir machen jetzt gleich die Folge wird zu Ende ja und ich kann gleich beim nächsten Part wieder hier anfangen ja wir machen jetzt gleich noch ein paar Tata ja okay, komm aus dem Fall muss ich meine Tradition berechnen und stelle mir aus also nicht mehr so schnell ich verstehe kein Wort was tut der Hauptbahn Jungen guck die ein Blalian der Lied noch schneller okay schischische Nella das ist der Rekord so ganz schnell und wir haben auch so eine Klasse der Rede auch immer so schnell und so macht noch so Scheiße ich brauche noch Üls viel übelst viel du brauchst noch Übel viel nein ich brauche noch Dings hier wie weißt du Alter ich wollte nur heute ich wollte auch wieder anschauen 0 Uhr irgendwas hat die ganze Zeit versucht mir Dings runter zu laden Angry Birds auf Handy und dann erst etwas so bei 77% hatte vor allem wieder mit 25% angefangen aber ich akku habe ich das gelöscht dann habe ich eine andere Angry Birds runtergeladen stand da die die Datenbank ist nicht verfügbar oder irgend so ein Scheiß das kann ich endlich runterladen ich hab da voll Bock jetzt drauf das ist voll behindert wütende Föbel ja Ui so hier ist ein Slime ich würde ganz genau ja dann nimm dir mit weil äh Slime-Bälle brauchst du viel Leinern von du tust du als wäre ich auch ein Server mit dir ja es wär schön wenn wir uns endlich mal zusammen ähm unsere eigene Idylle machen könnten bei Jubiläums folgen tauschen wir uns in der Welt wir dürfen aber keine Scheiße bauen wir wollen wir das machen auch ich lad die Mods drauf du lehrt und äh ja das können wir machen wir können doch Scheiße bauen was wir wollen weil es dann sozusagen die Welt vom anderen ist aber das ist ja dann auf unserem auf unserer Minecraft also du hast immer noch da ja mal gucken mal gucken ja mal gucken ja mal gucken ja mal gucken ja das wird nur die Maps draufladen und halt den Mods also ich biete meine Map eh abgewissend vor ja ich hätte vielleicht auch dazu aber erst ab vielleicht folge 20 oder so ich bin von 120 und 30 genau so macht gerade mal den Boden ich brauche aber für meinen Keller brauche ich noch ein bisschen mehr Glowstone dann ja mein Keller weil ich glaube ich brauche in diesem Haus noch gar keinen erst vielleicht später wenn ich wirklich Platzmangel habe also mein Haus ist groß genug das eigentlich voll nach hinten gezogen ich habe auch eins zu weit nach hinten gezogen oder zwei zu weit aber Yolo Yolo hier um die Leve und so viel Kohle ist gerade eigentlich brauche ich mehr Eisen aber Kohle ist auch wichtig dann brauche ich später nicht mehr Farben ja ich 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 farben irgendwie noch gar nichts und vor allem kriege ich auch voll viele Level ich habe jetzt schon Level 10 also ich Leute ich habe gerade 56 Bretter verbraucht nein eh nicht ja ich bin Level 12 ich bin 11 also ich brauche diese eine Rüstung weil dann kann ich in Lava schwimmen. Wie bei die Weihnachtsbäcke. Ja, hier sind in dieser Maps voll viele Hüllen. Ich finde das richtig geil. Ja, aber wir sind auch mehr auf so einer Insel. Das finde ich auch ein bisschen doof. Naja, das ist jetzt nicht so ganz schlimm. Also momentan habe ich noch nichts gefunden, was ich einschränkt. Und wenn, dann möchte ich dann irgendwann mal auf... Weil ich habe in GameMod, ich habe nämlich noch eine Kopie von der Welt, wo ich jetzt nicht cheate oder so und Sachen zugehe, aber ich habe mal geguckt, wo Asteroiden sind. Na, bin ich mit diesem Asteroiden-Melder, da habe ich in die Hand genommen GameMod. Und da war, da wo ich gerade hinguck, da ganz weit weg, auf einer ganz weit anderen Inseln sind Asteroiden ganz, ganz viele. Aber bis ich da bin, oh Gott. So, ich habe ich elf Schleimwälle dazu bekommen. Okay. Wer war mal eben auch fertig mit dem Part? Ich bin ja gleichfertigt mit meinem Haus. Hier geht schon fast 40 Minuten. Ich bin ja gleichfertigt mit meinem Haus, wenn dann ein Teil mit den 20 Minuten, 20 Minuten. Nein, ich teile das nicht mit der Mitte. Naja, mal schauen. So, warte, ich muss jetzt wieder mein Haus wieder angucken. Jetzt muss ich nur durch den hinteren Teil, also das hinten zu machen, dann habe ich es. Jetzt habe ich nämlich auf Minecraft Pocket Edition auf meiner Flat aufgebaut. So, also, okay, Stein, 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 Stein. Stein, 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 Stein. Stein, Stein, Stein. Das sah gerade so mega episch aus, ne? Guck, da fallen ganz, ganz weit da hinten, fallen Setzlinge ab, ne? und auf einmal lauf es sieht so aus ob die hierher laufende die laufen so hierher und er laufen dann zu unter meinem haus entlang und dann fliegen die um mich herum das sieht so mega episch aus musste mal meine aufnahme dann angucken morgen vor allem herr wie was morgen der kommt der kommt jetzt bestimmt nicht morgen los wie die aufnahme ja du Gott machst Prozent bis so nicht warum man es gibt es nun schaffst wir haben heute kommt die erste Folge und morgen gleich die zweite also noch vielleicht wenn ich schaffe wie es so ein riesiger Dank ist ich muss den Traum nicht suchen weil ich die ich meine erste Fühle das ist kein ganz von einer ganzen Fikirsten aber kein mehr ist es nicht in Stollen in Stollen ist dann schon wieder ein Mietenschacht mit Holz und Kisten und das ist ja genau das das Minengänge gefunden nein aber es ist ja genau das was ich gesagt habe er hat mit mir mein Haus ist einfach mal so Prozent auf so einem erde vier Ecke weil ich es ähre Rack und Wasser raus und da habe ich war es voll scheiße von mir und Lauer und nicht ein bisschen angst oder zu gehen ein Blatt war einfach durch Monster sind ganz viele Monster ich glaube ich gehe da noch nicht runter die Ecke in die Monster irgendwie extremener obwohl wir auch so nahe geringen Schwierigkeitsstufe haben bei mir kann man größt um und die nur mit dir er kann mir sind auch eben viele Füchel welche Schwierke zu verspielenst du um einfach ich bin auf normal ich weiß wenn ich auch immer zeigen dass das heißt die Pussy gibt nicht zu hier stehst ich bleibe auch bei einfach weiter einfach ist mir schon ein bisschen zu schwer ich spiele immer noch mal muss ich bin es gewohnt leider dass wir leider von ein Eis wird es ist eigentlich schon kaputt und man ich will mehr Eisen haben ich brauche so viel Eisen er hat alle weil das erreicht wird es fast so gut wie in die Erschwörter 6 angeschauten die Erschwörter 7 angeschauten und das macht halt noch die Gegner langsam dass ich sich so gut wie gar nicht bewegen können so mein Haus ist fertig um das Dach fehlt noch was doch kann ich auch gar nicht machen weil dafür brauche ich viel zu viel Klee so das haben wir die ganze Kohle da rein weil ich war noch kurz Klee und dann so die Karte war die üben schon 40 Minuten dort meinen dort zu den Klo ich mag den Klo und bräuchten Zeimer nebenbei ich habe mich wieder mit Danny vertragen so ich bin mit ihm erst gar nicht gestritten aber irgendwie aus den Augen verloren haben wir uns er macht doch zusammen einen Kanal ich weiß ja ich bin da auch jetzt drin in einem Kanal naja ich hab bisher noch nicht so viel gemacht ich ertrink ich ertrink ich ertrink ich ertrink ich ertrink ich ertrink machen wir es noch nicht mehr als das was vor allem immer so zwischendurch noch vielleicht Minigames drauf so kleine Minigames ich werde ich mal abklären ich möchte wie wir es oder so nachmachen kann das wenn wir über die Oster wie ja so ist kurz knapp ist knackig und was er in mir ja werde ich vielleicht auch noch bald machen noch zu tun wird verzeugt also mit dieser Schaufel kann man übel schnell unter wasserfahrende und vor allem da muss ich das auch gar nicht einfach was ja alles zu mir fliegt nach so ich kann bisher noch mal schnell dabei sterben aber während dem Stern kann noch abbauen Prozent 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 wie viel FBS hast du weil ich gleich was wenn ich eine bis 30 wenn ich stehe und normal gehe dann habe ich um über 60 als da wenn ich es drei macht leckst du einmal noch ein bisschen mehr also ich habe erneut neun FBS so weit ich kann es nicht eigentlich er nicht als läuft flüssig wenn du musst auf die Zahlen drücken Prozent zahlen gucken die da oben stehen bei Fremds Prozent Prozent hier stehen keine Zahlen bei Fremds oben links oder unten rechts oder ein solches Versteckten versteckt gemacht dass man den Sieg was und Sieg mit in der Aufnahme dann sieht man die Nienaufnahme an der Schraube egal was ich aufnehmen weil es gibt bei jedem ja auch das Haus das weiß nicht ob ich aufnehmen oder nicht ja ich sehe unten die rote 99 das Prozent dass ich auch noch von daher er sich wird sagen das was dann für diese Folge noch ja Prozent wenn euch folgt und hat das auf jeden Fall einen Daumen da wenn ihr noch mehr sehen wollt und ich will nicht abhacken wenn nur anderen zu einem virtuellen Dorn ich habe schon mal ein Daumen geschickt bekommen per Post auf dem Postfach ein okay nein glaube ich nicht ich habe nicht mein Postfach aber er geht trotzdem als wenn es gefallen hat dass auf jeden Fall ein Daumen da wenn du mal so ein Abo und ja wir sagen bis nach dem Dortmund schau 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 okay